. . . Ich habe euch die Geschichte erzählt, die ich mir in Berns Bein gebrochen habe. Ich habe schon mehr von euch. Ich kann sie noch nicht. Was? Ich bin mit Ueli im Dahlia heisst es, glaube ich, der Club. Ich habe einen Privatgruppe von einer Berner Band. Ah, sorry. Nachher waren zwei schöne Frauen auf der Bühne am Tanzen. Und dann haben Ueli und ich gefunden, jetzt zeigen wir es denen. Nachher haben wir sie zu einem Tanz-Battle herausgefordert. Jeder musste dreimal in die Mitte. Ich war als Letzter dran. Bei meinem dritten Take habe ich gedacht, jetzt zeige ich es denen. Dann bin ich spassisch rumgetanzt, auf dem Bein gelandet. Mein Fuss ist da geblieben. Jetzt knifft drückt, das Bein gebrochen und das Kreuzband als Ambulanztanz. Krass. Eine neue Freundin Die isst kein Fleisch Sie isst sogar Veganerin und das Bein gelandet. Darum bin ich das jetzt auch. Die ist ein ganzes Herz. Herr,